Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast. Ich frage für einen Freund, auch diesmal wieder live. Damit wir nicht flunkern, müssen wir einmal kurz hören, sind denn auch Leute da hier in Angie's Nightclub? Man darf mit Fug behaupten, es knistert, oder Katrin? Aber sowas. Merkst du es auch? Oh ja. Ja, was trinkst du da? Ach, du musst aber alles verraten. Nein, das wäre ja schon meine erste Frage. Ja, Gin Tonic. Gin Tonic. Was ich sonst nie tue. Ich weiß nicht, wie es jetzt endet. Ist klar, ist klar, was ich sonst nie tue. Nein, ich trinke sonst lieber Rotwein. Würdest du so einem klassisch gehemmten norddeutschen Paar empfehlen, vorher mal ein kleines Piccolochen so, einfach so zum Lockermachen? Ich fürchte, ja. Ja? Ja, unbedingt. Okay, wir bewegen uns also jetzt schon im, ja, auf der schlüpfrigen Bahn. Also es gibt auch Menschen, die behaupten, so ein Joint wäre auch gut. Das kann ich nicht richtig beurteilen. Ich will nicht sagen, das ist, also ich möchte es eigentlich nochmal probieren, das darf man wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber Lars, für den ich frage, hat neulich seine Kinder bestohlen und hat das dann, und er sagt, er sei noch früher eingeschlafen als sonst. Also ich glaube, Augen auf bei der Cannabis-Wahl, da gibt es ja auch verschiedene Sorten und auch bei der Dosierung. Darf ich mal ganz persönlich fragen, was macht Alkohol mit dir, Katrin? Oh, ich bin dann ganz locker und ich bin dann irgendwie enthemmt, deswegen habe ich ja schon das Alkohol. Ja, ich finde auch, wir müssen den Menschen auch ein bisschen was bieten heute, weil wir wollen ja noch ein bisschen konkreter werden. Ich hatte eben schon den Hinweis, dass wir konkreter werden sollen, auch wie die Arten von Berührungstechnik, was man da machen könnte, können wir noch machen. Und wir wollen vielleicht noch, wenn die Stimmung es zulässt, vielleicht dann doch noch eine kleine Beckenschaukel machen, weil wir erklären, warum wir das machen. Entschuldigung, das hier ist eine Audioaufnahme, die Beckenschaukel nur für die Ohren. Gut, man würde wahrscheinlich das Knarzen meiner Gelenke hören, aber ob das erotisch ist. In deiner Praxis, was sind die häufigsten Fragen, die dir gestellt werden? Bei den Frauen, Orgasmusprobleme und Schmerzen, die haben nicht gelernt, wie man richtig zum Orgasmus kommt, also vor allem in der Paarsituation. Männer mit Erektionsproblematiken, die zu früh kommen. Und wenn das zusammenfällt, ist es ja? Naja, das ist manchmal so ein System, also er kommt zu früh, sie hat keine Lust mehr, dann lassen sie es. Ja, klingt erotisch. Eine Frage, die mich ja persönlich interessiert, ich habe ja einen Heidenrespekt vor deinem Job, weil du musst ja ganz offen über Dinge reden, über die man sonst eigentlich erst nach der dritten Flasche Rotwein redet. Wenn man dann noch reden kann. Wenn man dann noch reden kann. Und da sitzt so ein wildfremder Kerl vor dir und du sagst dann so Sätze wie, erklären sie mir doch mal genau, was sie beim Wichsen mit ihrem Penis machen. Oder so ähnlich. Du wärst jetzt so derb, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schön finde. Okay, fangen wir doch mal von vorne an. Erklären sie mir doch mal genau, mit welcher Technik sie sich beim Solosex stimulieren. Das trifft es ein bisschen besser und ich mache es auch nicht in der ersten Stunde, wie gesagt. Es ist schon wichtig, dass man so ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbaut. Aber woher kommt diese Offenheit? Hast du das gelernt oder warst du immer schon so? Ich bin wahnsinnig offen erzogen worden. Das glaubst du, mein Vater Steuerberater wird das Rüfer. Da wird man total offen erzogen. Also gerade bei Steuerberater ist ja da. Stimmt, liebe Kinder, wenn ihr immer noch nicht wisst, was ihr werden sollt. Nein, ich gebe es jetzt mal zu. Hand aufs Herz und nicht gelogen. Ich musste mir das absolut, also ich musste das lernen. Die ersten Seminare, da waren natürlich eine ganz bunte Mischung von Menschen, auch viele so ganz, gar nicht aus meinem Bekanntenkreis oder auch gar nicht mit denen ich es vorher zu tun hatte. Das waren viele, welche so mit Alia-Dienhosen, die tanzten ihren Namen. Das war schon, die ersten Semester muss ich mal sagen, das war schon eine gewisse Gewohnheit. Da musste ich mich dran, oder alles Tantristen, das Tantra, das war für mich ja alles Neuland. Aber es ist irre. Also im Frühjahr musste man irgendwie über Anzeigen und Bilanzen sprechen, aber man kann es lernen. Und es macht mir nichts mehr aus, sonst würde ich da falsch sitzen. Das stimmt allerdings. Gab es Situationen, wo du schon mal schallend gelacht hast? Oder dich zusammenreißen musstest, dass es nicht dazu kommt? Wenn ich richtig überlege, ist mir das noch nie einmal passiert. Okay. Also ich habe mehr Situationen, die mich irgendwie bedrücken und die ich irgendwie mit nach Hause nehme, weil ich denke, oh, das ist echt hart. Das ist oder eben nicht hart. Und das tut mir dann noch mehr leid. Wo drucksen die Leute am meisten rum? Sie wissen schon, also... Naja, was ich vorhin schon sagte, wenn sie das Gefühl haben, sie sind defizitär, bei ihnen funktioniert das nicht so richtig. Das ist ein ganz, also ein ganz blödes Gefühl. Und jetzt möchte ich auch noch mal eine Lanze für die Männer brechen. Eine Lanze für die Männer. Naja, also ich kann es auch anders formulieren. Ich möchte gerne noch mal einen Korridor für die Männer aufmachen. Viele Frauen, die oft so sagen, alte Landesmacht doch nichts. Wenn er überhaupt zugibt, dass es nicht richtig funktioniert. Weil alleine in dem Moment, also die sind erstmal lange in der Vermeidung. Die machen dann auf einmal nach 20 Jahren jeden Morgen Frühstück. Weiß man auch nicht so. Erstmal freut man sich die ersten drei Wochen. Nachher sagt man, Mensch, wieso springt ihr als erstes aus dem Bett auf? Okay, das kläre ich ja bei mir auch in der Praxis, höre ich dann. Oder wenn sie es dann doch irgendwann sagen, oft in meiner Praxis, das erste Mal, dann wird es ja wahr. Die sie gerne verdrängen. Ich meine, du bist ja auch so ein Dreibeiner. Du müsstest das eigentlich auch ein bisschen beurteilen, wo du bist ja aufgeklärt. Ich habe da auch gar keine Probleme mit. Ich frage ja... Zum Glück, zum Glück. Wir haben ja so eine Serviceleistung. Und dann höre ich, ob wir die Frauen sagen, ach du Schatz, das macht doch nichts. Gar kein Problem, dann machen wir was anderes. Und vielleicht manche sagen, oh, herrlich. Aber das ist nicht richtig. Ich glaube, deswegen ist mir das wichtig, heute zu sagen. Es ist ein wahnsinniger Leidensdruck, weil ein Mann, der keine Erektion hat oder der keinen Penetrationssex hinkriegt, der kann keinen Orgasmus haben. Also der Orgasmus kann man auch irgendwie haben, auch mit dem... Aber der kann keinen Geschlechtsverkehr haben. Mit dem Kinderzeugen ist es schwierig. Bei Frauen ist das schon einfacher. Die kann sich da hinlegen und sagen, okay, ich mache irgendwie mit oder ich mache einen Seestern. Funktioniert. Bei Männern ist es total eindeutig. Und das geht natürlich an... Und es ist existenziell. Was ich immer sage, er steht, er ist, ich bin. Was macht das? Wir haben ja genug Herren, das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Aber vom Gefühl her ist das furchtbar. Nämlich, ich habe neulich einen gehabt, der gesagt hat, Mensch, ich bin ja quasi halbtot oder mein Einbein ist schon im Grab. Also so schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Und dann ist immer die Frage, gibt es nicht eine Männlichkeit auch, dass man sich davon abkoppelt? Und dadurch, dass wir natürlich so sozialisiert sind, und ich habe ja nicht nur 18-Jährige da sitzen, obwohl die auch so funktionieren. Wenn das eben nicht mehr geht, das beste Mittelstück, wie wir in Hamburg sagen, dann hast du wirklich eine existenzielle Krise oft. Weil es natürlich mit der Paar-Dynamik so viel ausmacht. Die Frau denkt sofort, Mensch, der findet mich nicht mehr hot, was ist mit Hans-Dieter? Und ich soll da das Gefühl, das kann doch nicht sein, so habe ich das auch nicht zugenommen. Ich meine, er hat ja auch ein bisschen zugenommen. Das geht sofort auf das Gefühl mit mir, mit meinem Selbstwertgefühl. Oh Gott, was ist denn mit mir los? Wieso findet der mich jetzt auch mal blöd? Hat der eine andere? Und umgekehrt auch. Ich habe auch Männer, die genau damit ankommen. Das heißt, ein Erektionsproblem ist nicht nur ein Partnerbeziehungs-Sex-Problem. Sondern es ist ein Lebensproblem, weil du dann auch als Chef im Büro anders auftrittst. Ja, das weiß ich nicht. Oft sind die Leute sogar auch kompensatorisch unterwegs. Und die sind dann besonders laut und bossy. Kann ich nicht beurteilen. Ich vermute jetzt mal. Ich weiß ja nicht, wie alle Bosse so, was da in der Hose los ist. Ob da schon Frieden in der Hose ist, das kann ich alles nicht beurteilen. Wenn der Frieden da ist, weil ich das selber will, vor Grundordnung problematisch wird es ja immer, wenn da irgendwie so ein nicht gewählter Frieden herrscht. Das will ich nur sagen. Es ist für die Herren ganz, ganz schwierig, wenn es nicht mehr funktioniert. Weil es natürlich so wahnsinnig viel mit der Männlichkeit macht. Und dann ist immer die Frage, ist Potenz, ja, männlich. Aber gibt es nicht sehr viel mehr Männlichkeit? Es gibt ja viele andere Sachen, durch die man trotzdem männlich ist. Zum Beispiel? Siehst du? Nein, da gibt es ganz viele. Also jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß. Ich bin ja auch kein Mann. Ich will nur sagen, bitte keine Verzweiflung. Und auch dann irgendwann sagen, so, dann ist das jetzt eben vielleicht anders. Es ist nicht mehr ganz so. Man sucht sich das ja nicht aus. Es gibt ja auch leider gesundheitliche Gegebenheiten, wo es nicht mehr funktioniert. Und dann ist es wichtig, dass man sagt, trotzdem bin ich ein guter Kerl. Und natürlich sind die trotzdem gute Kerle. Das ist mir hier so wichtig. Und auch den Darm, deswegen nochmal zugeschmissen, nimmt das ernst. Und vor allem geht darauf ein. Und nicht sagen, ach, mach doch nichts. Das ist nicht so schlimm. Das ist schlimm. Rätst du zum Einsatz pharmazeutischer Hilfsmittel? Ich habe mal gehört, es gibt so rechteckige, oder so Diagogen, wie heißt das? So rautenförmige Tabletten, die Wunder rücken sollen. Also die die Blut im alten Ofen nochmal richtig anheizt. Ja, und nicht auch den jungen Ofen. Mache ich oft und gerne. Ich schicke die natürlich zum Urologen. Ich habe zum Glück hier so einen Urologenschwager. Da schicke ich die dann auch schon gerne mal hin. Der hat auch seine Visitenkarten gerade schon großzügig verteilt, habe ich gesehen. Danke, das ist eine für Lars dann noch. Nein, finde ich ganz wichtig. Ich mache da auch die Beratung. Denn das hat natürlich was Tolles. Also ich sage gleich, wann es funktioniert und wann nicht. Es funktioniert, es macht eine, Christian, wenn irgendwas falsch ist, bitte reinsagen. Es macht eine gute, härtere Erektion und die Phase zwischen einer und zweiter Erektion kann verkürzt werden. Wie viel zweiter? Naja, es gibt ja Leute, die sind also zum Zweit- und Dritttrend unterwegs. Nicht nur einmal. Ja, hoppela, so, das war's. Nö, die wollen da schon ein bisschen mehr von haben. Gibt es ja auch. Ja, ja, gibt es. Es ist nur ganz wichtig, dass man, wenn man das erstmal beim Urologen, ich sage immer gern zum Urologen natürlich, nicht irgendwie im Internet sich besorgen. Und dann muss man ganz klar sagen, es funktioniert nicht einfach, weil ich das nehme, ich sitze und mache so Doku und gucke mal, ob da was passiert. Nein. Ich muss schon eine Lust bzw. eine Stimulanz haben und ich muss auch eine Idee haben, dass ich da Lust zu habe. Natürlich hat das mit der Lust immer zu tun, wenn die Erektion sich aufbaut und es funktioniert. Klar, macht es natürlich mehr Lust. Und ich gebe ganz oft auch jungen Männern den Tipp, bitte zum Urologen, warum zum Üben. Weil allein die Idee, dass du wieder Erektionen nächtlich hast, morgens hast, macht schon mal von der Idee her mehr Lust und dass es funktioniert. Das macht, ne? Das nur mal kurz als kleiner Einschub für die Herren. Wir kommen zur ersten Frage. Ich schaue gerne Pornos und jetzt habe ich keine Lust mehr auf meine Partnerin. Gibt es leider öfters. Kommen die dann auch zu dir? Auch, ja. Und was sagst du dann? Also das muss ich gleich mal sagen, ich kann natürlich die Fragen ganz, ganz weit ausfüllen. Das tue ich nicht, weil wir haben so viele Fragen. Ich will nur so sagen, es ist immer die Frage natürlich die Gewohnheit. Er hat sich das jetzt so beigebracht, dieser Mann. Und was ich vorhin schon sagte, es geht über die Visualität und das, was die Hand macht. Und die Filme werden immer schärfer, weil es nutzt sich ab. Und wenn dann natürlich mit der Frau muss er sich ja mehr anstrengen. Und die Frau sieht auch wahrscheinlich nicht aus wie doppelt, dreifach D und sieht auch nicht aus wie so ein sonst was für ein Mietgebläse, sondern sieht natürlich aus, wie sie aussieht. Der Mann ja auch. Ja, das ist ja richtig. Aber er hat sich jetzt beigebracht, diese Gewohnheit, sich zu stimulieren über die Pornografie. Da hat er keine Lust, sich dann anzustrengen. So funktioniert es. Oft auch, wo man sagt, in der Parsexualität funktioniert es nicht, was wir vorhin hatten. Weil er sich das so jetzt angewöhnt hat. Und außerdem, wie gesagt, du kannst diese Pornofilme natürlich immer ein bisschen schärfer werden lassen. Dann ist das nicht mehr scharf, was du da zu Hause siehst. Beziehungsweise, das ist das Entscheidendste. Er hat nur die eine Lustquelle, wenn du so willst. Und er kann sich nicht mehr erfreuen an der warmen, weichen Haut. An dem, was da geboten wird. Und entscheidend, nicht nur er selber, sondern der Penis. Und der hat sich jetzt daran gewöhnt, was wir vorhin schon sagten, mit hartem Druck oder mit Druck vorm Computer oder vorm Fernseher. Und das funktioniert auch, wie gesagt, bei einer bengalischen Bauchtänzerin nicht mehr. Dieser Druck einer Männerfaust wird diese Dame nicht, oder vor allem nicht die Ehefrau, die ihr lange kennt, wird die nicht haben können. Das heißt, es ist die Frage immer, die wichtig ist, das ist genau das, was ich da tue. Wir müssen die Grenzen, das ist eine Grenze, die müssen wir erweitern, indem wir mehr Quellen suchen. Oder er selber. Was ist das, was ihn erregt? Und entscheidend ist, seinen Penis zu resensibilisieren. Die funktioniert ja nur auf eine Situation. Das hat er sich so beigebracht. Das heißt, die Nervenendigungen, das ist jetzt kompliziert, gehen ja direkt so zum Gehirn. Da werden Synapsen gebildet. Aber wenn du mehrere Möglichkeiten hast und langsam anfällst, ich sage dann, fassen Sie mal anders an, machen Sie es mal so, bewegen Sie sich mal und, und, und. Weil die, die das lange machen, können nur noch im Sitzen vor der Pornografie überhaupt eine Erektion haben. Und das finde ich schon frustrierend. Würdest du solchen Männern raten, den Konsum ein bisschen runterzufahren? Vielleicht von drei Stunden am Tag auf zweieinhalb? Naja, also nee, das muss man schon ein bisschen mehr machen. Ich habe natürlich auch öfters hier junge Männer, die sich das so beigebracht haben. Und da bin ich ja neulich, sagte einer, Mensch, die sind ja so alt wie meine Mutter. Da habe ich gesagt, ja, und deswegen tun Sie jetzt auch mal, was ich Ihnen sage. Also der hat noch mitgemacht. Also das muss man schon mal sagen. Aber nun ist das vielleicht nicht so Therapeuten-mäßig. Aber ich komme ja so als Seiteneinsteiger. Und dann habe ich gesagt, er soll nicht jeden Abend wieder nach Hause kommen. Warum macht er das? Der hat das nur so zur Entspannung gemacht. Ich habe gesagt, so, dann geht dreimal die Woche erst mal um den Sportplatz. Und dann kann man das noch zweimal die Woche machen. Und wenn er es macht, gerne, aber dann mit Genuss und mit Einsatz des ganzen Körpers. Darum geht es. Okay. Also kurze, leider lange Antwort, kurze Frage. Das ist manchmal so. Hier haben wir was Nettes. Ist Sex mit Verkleidung besser? Ohne Fragezeichen. Also eher als Behauptung. Sex mit Verkleidung ist natürlich ein weites Feld. Ja, man kann sich ein Hasenkostüm anziehen. Man kann sich verhasen Ohren aufsetzen. Ja, wie würdest du mich gerne sehen? Was würde dich an... Okay. Ich weiß nicht, ich fand das jetzt hier schon sehr erregend heute. Bisschen pervers bist du auch, ne? Ja. Aber Sex mit Verkleidung. Also letztendlich schlüpft man in eine andere Rolle. Ja. Ich könnte mir jetzt ein Krankenschwesternkostüm zum Beispiel anziehen. Weiß nicht, ob mich das würde... Mich würde das jetzt nicht so anmachen, ehrlich gesagt. Ich kann versuchen, was ich will bei dir. Du bist aber auf echt eine harte Nuss. Ja, das stimmt. Aber weißt du was, mit der Verkleidung hat das ja was für sich. in dem Moment, in dem du dich da A drauf einlässt und dich vielleicht auf dieses Kostüm, was auch immer du ausgesucht hast, wirklich sagst du, jetzt bin ich das. Hast du, legst du vielleicht deine Scham weg, die du sonst hast, weil du bist jetzt gerade vielleicht der Polizist oder du bist jetzt gerade die Krankenschwester, die irgendwie, so wie man sich das vorstellt, oder was auch immer sie hat. Oder sie, was ganz toll funktioniert, ist, wenn du sagst, so jetzt bin ich wirklich genau die Dame, die einen harten Job hat, nämlich hier um die Ecke und ich ziehe ein paar Netzstrümpfe an und ich habe einen Relay-Darock an, ich habe oben eine Corsace statt meinem Jogger und meinem Hoodie. Das macht mit dir selber viel aus, was wir vorhin schon sagten. Und du bist es ja nicht. Du bist ja die, die das die Rolle spielt. Also insofern kann das an dieser Stelle wirklich auch mal empfehlenswert sein. So, hier ist noch eine Nachfrage, nämlich ist Sex mit Verkleidung besser oder anonymer Sex? Ich finde die Frage nicht ganz uninteressant, weil wenn man viele lange Jahre zusammen ist, haben sich bestimmte Muster eingeübt oder vielleicht auch bestimmte Tabuzonen, was auch immer. Plädierst du für so einmal im Jahr, sich vielleicht einen knackigen jungen Mann aus dem Internet zu bestellen? Also das würde ich jetzt hier nicht öffentlich sagen, wenn ich dafür plädiere. Nein, ich plädiere nicht dafür. Außerdem ist es, sag mal so, was heißt, das muss jeder selber wissen. Für mich wäre es jetzt direkt nichts. Aber es gibt ganz viele, und das hatten wir ja vorhin, das Thema Lust. Zu Hause kennst du ja alles. Und zu Hause hast du Sorgen, dass du den anderen vielleicht demaskiert, indem du dir was wünschst, was du weißt, das kommt nicht an. Das ist ja auch, deswegen funktionieren ja auch Seitensprünge so gut. Weil da traust du dich mehr. Da sagst du, okay, das ist ja eine bestimmte Zeit, da lasse ich es einfach mal laufen. Und ich mache mal das, was ich zu Hause den ganzen Tag oder noch nie die letzten 20 Jahre gemacht habe. Bist du noch dabei? Ja, ja, ich höre zu. Ich wollte nur sagen. Ich fand die Frage hier ganz geil. Ja, fand ich auch interessant. Entschuldigung. Deswegen wollte ich nur sagen. Man liest sich so schnell fest hier. Ja. Ah ja, hier ist nochmal die Pornos. Ah, okay. Wo wir gerade, an Frau Hinrichs lautet diese Frage. Ich bin seit sieben Jahren mit einer Frau zusammen, die sehr gerne Pornos guckt. Also die Frau. Vor allem mit Männern, die prächtig ausgestattet sind. Ich selber verfüge eher über das Modell Golf. Was immer das bedeutet. Also normal, würde ich mal sagen. Natürlich freue ich mich, wenn meine Partnerin erregt ist. Andererseits fühle ich mich ein wenig zurückgesetzt im Sinne von nicht groß genug. Was raten Sie? Du lachst an der falschen Stelle. Nein, überhaupt nicht. Insofern, das raten Sie. Also eins muss man sagen, viele Männer haben immer das Gefühl, es müsste doch eigentlich noch mehr sein und es könnte doch noch größer sein. Ja, kennen wir schon. Da kann ich an dieser Stelle auch nur sagen, es ist nicht nur die Ausstattung. Was hatten wir vorhin schon? Der Wurm wird zur Anaconda, wenn ich das, was ich tue, richtig mache. Nämlich, es gibt verschiedene Stoßtechniken, hatten wir ja auch schon mal. Ja, kannst du dir mal kurz nennen, du solltest ja konkreter werden. Ich werde jetzt richtig konkret. Also wir haben den Spatz, das ist der, der so ein bisschen vorne so ein bisschen pickt. Dann haben wir den Wal, der so glücklich weit reingeht und das abwechselnd. Das ist schön, bringt Spaß. Spatz und Wal. Ja, aber erst mal vielleicht drei, vier Mal Spatz zum einen, so ein bisschen zum Warmwerden, dann den Wal, dann mal wieder abwechselnd und dann gibt es so viel fortgeschrittenen Hubschrauber, das Erdbeben. Das klingt, Moment, 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 der Hubschrauber, das klingt anspruchsvoll. Ja, da muss man sich schon ein bisschen mehr. Also mal so, das Wichtigste ist bei diesen Stoßtechniken, dass die Erektion bleibt und dass sie da auch länger bleibt. Also wenn du anfängst, du machst gerade den Spatz und aus dem Spatz wird nachher irgendwie, ich weiß nicht, ein kleiner Floh, dann ist das jetzt nicht die richtige Technik. Ist schon klar, aber du wolltest mir gerade erklären, wie der Hubschrauber. Ich frage das wirklich für Lars. Ja, nee, klar, ich weiß, vielleicht braucht Lars da ein bisschen Nachhilfe, das wollen wir auch gerne ihm gestatten. Also du hast quasi deine Partnerin vor dir, also so einen Küchentisch, bitte mit einem Molten-Tuch oder Wolldecke, wäre schön, und dann hast du sie vor dir und dann bist du eben so, dass du deinen Penis sozusagen greifen lässt. Rotieren lässt. So rotieren lässt. Und jetzt muss man auch vielleicht nochmal sagen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die, die Fachleute sind, und einige haben ja schon uns gehört, die wissen, dass die Vagina, die funktioniert nicht auf diese rein-raus-Situation, diese schnelle Welle, wie neulich eine Klientin sagte, sondern die brauchen, sozusagen drücken, dehnen, weil das sind tiefen Rezeptoren. Also auch abwechselnd. Abwechselnd ist schön, ja, aber es braucht vor allem nicht nur dieses ganz schnelle, dieses Hämmern, sage ich mal einfach. Der Presslufthammer ist keine Technik, die du... Das ist keine Option, nein, das ist keine Option. Insofern könnte man sich gerne nochmal mit den Stoßtechniken, wir haben ja eine Sendung drüber gemacht, gerne nochmal reinhören und sich fachkundig vielleicht damit... Du erwähntest gerade noch das Erdbeben. Ja, naja, das ist noch schneller, das kann ich dir vorstellen. Ziemliches Geduldsspiel, ne? Man liegt da also wochenlang und wartet darauf... Okay, erzähl. Ne, das ist auch nochmal eine andere Spielart. Ja, ich will doch was wissen. Naja, das ist eben einfach so ein bisschen schneller und du gehst noch ein bisschen mehr, bist ein bisschen mehr mit den Hüften und den Becken. Wir wollen ja noch eine Beckenübung nachher machen. Es geht die Kraft und der Spaß kommt natürlich nicht, kommt wirklich von innen nach außen. Das muss man klar sagen. Bei den Damen genau umgekehrt, die haben ein aufnehmendes Organ und denen meistens das oft gar nicht so bewusst, weil natürlich das auch nicht richtig behandelt wurde. Wie kann ich ihn für mich interessieren? Ich vermute, dass es eine Frau gefragt hat, ist nicht unterschrieben. Wie kann ich ihn für mich interessieren? Ist das überhaupt die richtige Frage? Weil das geht ja davon aus, dass sie sich in der Pflicht fühlt, ihn irgendwie anzumachen. Ne, ich sehe das positiver. Ich überlege mir gerade, wenn man sich mal so in ihre Schuhe stellt, also sie möchte vielleicht einfach mehr Sex, sie möchte mehr Körperlichkeit und nicht, weil sie denkt, sie muss es, sondern oder sie braucht, sondern weil sie sagt, ich liebe den und ich möchte den einfach wirklich spüren. Und das ist ja auch der große Portal der Sexualität, gespürt zu werden und zwar faktisch gespürt zu werden. Man kann ja alles besprechen, aber das ist ja das Gute. Irgendwann ist eben Körperlichkeit, Begegnung, Umarmung ist eben viel mehr als Wörter. Und wenn sie sagt, Mensch, ich möchte gerne und irgendwie funktioniert das gar nicht, dann ist das große Thema Verführung. Und? Das kann ich natürlich jetzt nicht in so einer kleinen Frage, das ist ein Riesenkomplex. Wie verführe ich den? Was funktioniert der? Oder kenne ich den überhaupt schon? Vielleicht ist das neu, aber du findest den einfach wahnsinnig hot. Dann musst du eben ein paar Strategien ausprobieren. Da könnte man nochmal bei uns einen Podcast reinhören. Also eine Strategie wäre das, was du eben gesagt hast. Der Mann macht den Abwasch und sie kommt dann auf einmal im kleinen Schwarzen um die Ecke. Du, wenn es nützt. Wenn er sagt, was ist mit Oma? Warum kommst du in Schwarz? Nützt es weniger. Ja, okay. Also man kennt den ja dann schon. Man kennt den ja schon und weiß vielleicht, auf was der ein bisschen funktioniert. Wenn der erstmal einen Fußball gucken will, vielleicht bringst du deinen Fernseher erstmal zum Abwaschbecken und sagst, guck mal, hier ist Fussi. Und danach, und wenn der noch irgendwie die Lieblingsmannschaft gewonnen hat, bist du ja schon mal ein Stück weiter. Also nein, jetzt sind wir mal Schluss mit lustig. Verführung ist ein Riesenthema. Und wenn du gerne irgendwie Sexualität mit dem anderen haben möchtest, hast immer die Frage, situationsbedingt. Und dann ist es wirklich, wenn der abends nach Hause kommt und hat zu Hause, hat im Job einen harten Tag gehabt. Da lass den erstmal ankommen und fang nicht gleich an. Also ich meine, wir haben schon seit jetzt Weihnachten zuletzt Sex gehabt. Jetzt ist bald Ostern, ist nichts passiert. Ich würde immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Druck, den man macht. Und ich würde immer die Situation abhängig machen. Und dann ist eben Verführung ein großes Thema. Und das ist von bis. Okay, hier ist eine sehr heitere Zuschrift von Anne-Marie. Vielen Dank. Mein Problem ist vielleicht etwas ungewöhnlich. Ich bin beim Sex oft sehr laut. Stöhnen, schreien, wimmern. Meinem Partner ist der Lärm sehr peinlich, zumal wir in einem hellhörigen Mietshaus wohnen. Soll ich auf die Nachbarn Rücksicht nehmen und mich zusammenreißen? Ich fürchte, dass der Spaß dann weniger wird. Ich kann natürlich nicht wissen, was für ein ehrenwertes Haus das da ist. Offenbar kriegen die Nachbarn. Und ob man dann mit denen dreimal im Jahr noch ein Grillfest haben muss und die anderen schon immer tuscheln, das weiß ich nicht. Und wenn es dir egal ist, kann ich nur sagen, go for it. An sich finde ich die Idee, dass man sich Laute gibt und dass man vielleicht sogar stöhnt, finde ich toll. Weil stöhnen macht nicht nur selber was mit einem selber. Nämlich, du holst dir, was wir vorhin hatten, alles zu drücken. Aber wenn du stöhnst, gibst du dir dem Atem einen Laut, einen Ton. Also quasi du kaufst dich. Das ist eines der schlimmsten Übungen, die ich mit meinen Menschen mache. Die kommen, da sage ich, wir machen erst mal die erste Entschämungsübung. Dann sagen die, was? Das finden die ganz unangenehm. Das haben wir alle nicht gelernt. Aber ich mache das aus Doppelnsinn. Erst mal, dass sie hier ein bisschen aufmachen, dass sie nicht so sind. Und dann sage ich denen auch immer genau, es macht wahnsinnig viel aus mit dem Gegenüber. Und wenn ihm das zwar peinlich ist, aber es ihn gleichzeitig erotisiert, wenn nämlich das Gefühl ist, sie begehrt ihn so und findet das lautstark gut. Hemmungslos. Hemmungslos gut. Und dann ist das für ihn ja auch eine tolle Situation. Und für sie ist es toll, weil sie holt eben Luft. Und sie hat einen großen Hohlraum, den wir brauchen. Wir wollen ja, dass die Lust, wir hatten ja vorhin Lust, wir wollen ja, dass die Lust immer durch den ganzen Körper geht. Vor allem, wer unten ankommt. Und das habe ich nicht. Wenn ich hier anspanne, dann spanne ich einen Kiefer an, dann spanne ich gleichzeitig, weil das ist eine funktionelle Einheit, ich spanne gleichzeitig den Beckenboden an. Und dann ist das da schon, das ist schon ein bisschen schwierig. Dann stellt sich oft keine Lubrikation ein. Du hast vielleicht Schmerzen und was mit Sexgöttin und Loslassen, hat das nichts zu tun. Das heißt, du plädierst für lass es raus. Naja, also ich meine, ich weiß ja nicht, wie laut da jemand geschreit. Also wenn meine Nachbarn jeden Abend schreit, würde ich auch sagen, Mensch Kinder, geht es mal ein bisschen leiser. Klar. Ich finde ja immer, es muss immer so im Rahmen sein. Aber wenn dir sowieso alles egal ist, du dann lass laufen. Aber er fühlt sich dann vielleicht auch wie der tollste Hengst im Häuserblock. Ja, aber jetzt hat er sich ja beschwert. Ja, vor laufender, also vor Publikum kriegt er ja. Ja, und vor allem, wenn die Nachbarn jeden Abend sagen, das ist super, also macht dir auch was aus. Ja, der überkriegt so Glückwunschschreiben und Blumensträuße und vielleicht auch mal ein Sekt von den Nachbarn. Ist ja auch Unterhaltung. Was, weiß wirst du? Weiß. Ein Beißholz. Ja, das ist ein Hintre. Vielen Dank. Gibt es einen Unterschied zwischen klitoralem und vaginalem Orgasmus? Ja, das ist eine große Geschichte. Das habe ich ja wahrscheinlich auch noch Fachleute. Das ist natürlich schwierig für mich. Also ich würde sagen, Freud hat uns nicht den größten Gefallen damals getan mit Reif und Unreif. Heutzutage weiß man, dass die Klitoris eben sehr viel größer ist. Die meisten haben das Gefühl, die Klitoris ist immer die Klitorisperle, die sie kennen und die sie einfach schon gesehen haben. Und viele haben ja auch sozusagen die Gewohnheit, sich darüber zu stimulieren. Das ist ja auch gut und es funktioniert prima. Aber wenn wir jetzt sagen, wir möchten, das ist ja immer das, was gerne alle möchten, ist sozusagen einen vaginalen Orgasmus. Kann ich an dieser Stelle nur sagen, ich bin da überhaupt nicht so pieselig, weil auch bei dem vaginalen Orgasmus hat die Klitoris große Anteile. Weil die ist wie so ein Schmetterling und die läuft eben auch mit in der Vagina. Aber ich würde natürlich am liebsten, hätte ich jetzt, läuft uns die Zeit weg, ich glaube, wir möchten wiederholen. Ich hätte so gern über die Wundertüte der Vagina nochmal erzählt. Weil die meisten, natürlich die Vagina, klar, klar kennen sie die, aber die ist oft ja gar nicht gut positiv besetzt. Das heißt, wirklich viele haben gelernt, sich zu stimulieren über die Gluteris-Klitoris-Perle. Also außen praktisch. Außen, klar, das ist ja auch, man muss fairerweise sagen, das sind die Oberflächenrezeptoren, das sind 9.000 bis 10.000 Zellen. Das funktioniert natürlich. Aber ein toller Genuss ist, wenn man durch die Vagina auch zum Orgasmus kommt. Aber nun muss man auch klar sagen, jetzt wollen wir alle ruhig bleiben, uns nicht aufregen, weil nur von 10 Frauen schafft das nur eine. Oh. Ja. Aber gut, es ist eine Lernsituation, ganz klar. Das ist hier nochmal Mut gemacht. Sexualität ist eben ein Lernprozess. Und das ist mit dem Alter, es wird vielleicht nicht einfacher. Ich meine, ich kann auch nicht mehr so gut gucken, deswegen bin ich nicht blind. Ich höre nicht mehr so gut, aber ich höre trotzdem. Aber ich finde, Fehlensichtigkeit hilft bei Sex im Alter gewaltig. Ja, das sagst du immer. Also das ist ein Geschenk. Ja. Gut. Ja, das sagst du immer. Ja, und wenn da noch so einsetzende Taubheit dazukommt, dann kannst du auch richtig Larry machen, ne? Das ist das auch scheißegal. Gut, ich packe übrigens da Dinge weg, nicht, dass ich hier irgendwas unterdrücke, aber das sind Themen, die wir schon abgearbeitet haben. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, hier ein offizieller Abendblattzettel. Mein Freund empfindet keine Lust und wir haben nur selten Sex. Was kann ich tun? Tja. Mein Freund empfindet keine Lust. Das war das Thema unserer ersten Folge. Wollen wir darauf verweisen? Ich glaube ja, weil es gibt vielleicht noch Fragen, die noch ganz unbekannt sind und wir nochmal ein anderes Thema mit anreißen können. Okay, wir suchen mal, guck mal hier, die Grünen sind, glaube ich, aus diesem Internet. Was ist ein emotionaler Genussfaktor? Wow. Da scheint aber jemand unseren Podcast gehört zu haben. Ja. Was ist denn ein emotionaler Genussfaktor? So ein Gin Tonic? Zum Beispiel? Nein, ich glaube in dem Fall, also nehme ich mal an, ist gemeint, wir haben vorhin darüber gesprochen, Sexualität deckt ja so vieles ab. Und für viele, die, ich frage ja immer genau, ich frage wirklich oft, warum haben sie denn Sex und warum haben sie den Geschlechtsverkehr? Dann ist das erste, wieso? Macht man doch, ist doch normal. Okay, gut. Gut, ich frage immer nach dem Grund und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sagen, naja, das ist so schön, weil sie sind uns nah. Es kommt wieder die Sex- und Liebessäule. Also sie sind so in der Emotionalität und die möchten die Nähe spüren, die möchten sich gesehen und gefühlt hören. Das ist für mich der emotionale Genusspunkt. Aber ich muss auch ganz klar sagen, der emotionale Genusspunkt ist auch genau oft der Trigger für das Genitale. Mhm. Gut. Du guckst jetzt gerade so unsicher, das müsstest du eigentlich gelernt haben die letzten drei Jahre. Du, hier wollen Karin und Kai, erstmal finde ich nett, liebe Podcaster, ganz herzlichen Dank für eure vielen Themen, die Offenheit und den Spaß, den ihr versprüht. Manche Themen hätten wir allerdings gerne nochmal nachgelesen. Der Podcast ist ja doch ein flüchtiges Medium. Gibt es ein Buch, das all ihre Themen nochmal ausführlich behandelt? Hm, Paztausend, das passt ja gar nicht. Das passt in der Tat, deswegen habe ich sie ausgesucht. Ja, wir können so viel verraten, dass wir eine, mit der Hilfe eines schreibkundigen Kollegen, die Themen in ABC-Folge abarbeiten. Ja. Sag mal eins, mein Lieblingspaar, was du immer sagst, ist mehr Woller und weniger Woller. Ja, stimmt. Das wäre jetzt bei M und bei W. Ja, vielleicht können wir das nochmal kurz erklären, damit das irgendwie noch ein bisschen, damit ein bisschen Sinn reinkommt. Wir kennen ja die, oder viele kennen die Situation, dass einer oder eine immer mehr möchte, also mehr Sex möchte als der andere. Und dann ist immer die Frage, wenn die zu mir in die Praxis kommen, wer hat denn eigentlich recht? Derjenige, der sagt, ich möchte weniger, der ist eher interessiert, dass sich das nicht so verändert. Und derjenige, der sagt, wir gehen mal, und der ist meistens der Schubser, nämlich der Mehrwoller. Der möchte mehr Sex. Also ist erstmal die Frage, wer hat hier recht? Also wird erstmal gehandelt? Und was sagst du dann? Ich sage das nicht, aber ich frage natürlich auch nach den Gründen, weil so, ich kann nicht sagen, wissen Sie was, Sie haben recht, jeden Abend den doppelten Rittberger vom Schrank, der hat sich wohl nicht mehr, der kommt nicht in Frage. Da komme ich ja nicht dazu, das zu werten. Aber ich höre dann genau, warum hat, jetzt machen wir es so, warum hat sie weniger Lust als er? Und da gibt es eben, was wir vorhin hatten, da gibt es sehr viele Gründe. Und wenn wir die, und dann trenne ich die ja, das ist der klassische Fall, wo ich sie trenne. Und dann höre ich eben genau, was sie da machen und dann können wir versuchen, wir zusammen zu erarbeiten, was anders sein könnte. Und dann kommt auch der Partner nochmal dazu. Und ich habe den auch gerne alleine, damit man mal der Situation erklärt. Sehr schön. Hier ist eine wunderbare Frage, die trifft es voll. Wieso soll man sich beim Sex bewegen? Also wer jetzt die Seesterntechnik bevorzugt. Ja, gibt es ja auch. Der ist ja absichtsvoll unbewegt, also so. Ja, klar. Naja, das sagen wir ja immer, das ist nicht gut, dass die Frage da mal kommt. Was wir vorhin gesagt haben, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, mit dem Anspannen lockerlassen. Ja, die Bewegung macht natürlich ganz viel insofern aus. Erstmal finde ich Lebendigkeit immer besser, als wenn man da wie so ein Brett liegt oder er auch nur so loshämmert. Das finde ich irgendwie doof. Und dann hat es eben damit zu tun mit, wir reden immer, Genuss ist unser großes Wort. Und genussfähig bist du eher, wenn du spürst und wenn du dich bewegst. Und wenn du anspannst, die Muskeln anspannst, hast du da ja keine Blutfülle. Und das finde ich schade, weil dann spürst du viel weniger. Ich könnte jetzt noch eine Übung machen, wir machen jetzt aber nicht. Aber dieses Bewegen, ich rede ja immer von der Beckenschaukel. Was heißt das eigentlich? Das heißt, leicht sind Becken... Das zeigen wir gleich noch. Ja, na gut. Aber es geht immer um die Dynamik, Anspannen lockerlassen. Anspannen können wir alle ganz doll. Oft sehr kontraproduktiv, was wir schon sagten. Die Männer stehen sich quasi auf der Leitung, wenn man die Hand mal zumacht und dann raus auf die Handfläche guckt, dass sie weiß. Also so ist es dann auch. Und bei den Darm ist es ähnlich. Wenn du immer so anspannst, weil man muss sich vorstellen, der Beckenboden umschließt die Vagina und auch den Penis. Und wenn ich so anspanne, kommt da ja überhaupt nichts an. Und der, jetzt mache ich wahrscheinlich was falsch, mein Schwager schreit wahrscheinlich gleich. Und der Schwellkörper braucht ja auch Blut und den Blutwechsel. Und wenn ich so anspanne, ist das so furchtbar, was wir sagen? Nee, ich glaube, da wird der Spatz versucht hinterm Tresen. Dann hat man keine Blutfülle und das braucht man. Und bei den Damen genauso. Also deswegen. Ja, wenn man einen ganz, ganz besonders großen, also es gibt ja Fleischpenisse und Blutpenisse. Die einen sind von Natur aus groß. Da denkt man irgendwie so, der Metzger hat was liegen lassen. Und bei den anderen, die saugen sich praktisch voll Blut. Ich habe mal gehört, wenn jemand einen besonders großen Blutpenis hat, dass man dann so eine Blutarmut im Hirn kriegt. Und ohnmächtig wird, stimmt das? Also da muss ich mal sagen, die Frage würde ich an die Urologen-Innen weitergeben. Das weiß ich nicht. Davon habe ich noch nichts gehört. Christian? Nein? Du hast einfach die falschen Klienten? Ja? Okay. Das war Folge 1 unseres Sex-Podcasts. Ich frage für einen Freund mit den besten Fragen, die das beste Publikum der Welt gestellt hat. Das war hier nämlich live. Ganz herzlichen Dank, liebe Katrin. Ah, Jo, war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.